Ein News-Video über Fußball und es geht nicht um die WM? Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Weltausche Studio-Kanal. Ja Leute, es läuft natürlich aktuell die WM, aber es passiert ja auch noch so viel anderes im Weltfußball. Und darüber will ich heute mal reden und das erste Thema ist gleich mal RB Leipzig Spieler Konrad Leimer, 25-jähriger Österreicher, 1,80 groß, Rechtsfuß, ihr kennt ihn alle. Spielt schon länger jetzt bei Leipzig, insgesamt 167 Spiele. Für die Leipziger bestritten, immer mal wieder auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Und er steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Hier ist es ja so, dass der FC Bayern München und allen von Julian Nagelsmann ihn schon im Sommer haben wollten. Er war der absolute Wunschspieler, trotz des Transfers von Gravenberg unter anderem wollte man unbedingt Leimer haben, gerade weil auch in der letzten Saison Sabitzer ja nicht so performt hat. Der Wechsel kam nicht zustande, Leipzig hat da sein Veto gegeben, wollte ihn nicht abgeben. Bayern war auch nicht bereit die Ablöseforderung zu bezahlen, die Leipzig für den Abgang haben wollte. Man kam nicht zu einer Einigung, aber wie es so häufig ist, der FC Bayern München kann eben auch in der Bundesliga ein Jahr warten und sich den Spieler dann höchstwahrscheinlich jetzt ablösefrei holen. Es wird laut Bild berichtet, so ist es richtig, dass eben Konrad Leimann einen Vorvertrag unterschreiben wird und dann eben im nächsten Sommer zum FC Bayern München wechseln wird. Und hierzu Leute, ich weiß, da werden viele jetzt wieder schreien, der FC Bayern macht die Liga kaputt. Nein, die Liga machen Teams wie Leipzig, Dortmund und wie sie alle heißen kaputt. Denn guckt einfach mal in die anderen europäischen Ligen. Ich nehme nur Juve als Beispiel, die wollten in ihrer Ära, wo sie neun Meisterschaften geholt haben, so viele Spieler von der Roma als auch von Napoli. Man wollte LaVecci, Suniga, Cavani, Hamsik, um mal vier zu nennen, Koulibaly. Napoli hat nicht einen einzigen verkauft. Lediglich Higuain hat Juve bekommen wegen der Ausstiegsklausel, da war der auch Ende 20 schon. Es muss doch irgendwann mal möglich sein, dass die Teams, jetzt zuletzt RB Leipzig, die Nagelsmann, Upamecano, jetzt Leimer, an Bayern verkaufen, endlich mal es hinkriegen, wie davor schon RBVB und Co. Einfach mal ihre Spieler rechtzeitig zu verkaufen, rechtzeitig zu verlängern oder sie zu halten. Es kann doch nicht sein, dass Mittelklasse-Teams wie Lazio, und ich nehme extra Serie A Beispiele, weil man Serie A und Bundesliga ganz gut vergleichen kann, es kann nicht sein, dass Mittelklasse-Teams wie Lazio und Milikovic, Savic seit Ewigkeiten halten können, obwohl er längst überall auf der Welt hätte spielen können. Und in der Bundesliga schaffen es der RBVB und Leipzig und Co. nicht mal ansatzweise die Spieler zu halten und lassen sie auch noch reihenweise zum größten Konkurrenten immer gehen. So ist es auch kein Wunder, dass der FC Bayern München auch noch die nächsten zehn Jahre im Schlaf Meister wird. Ja, es ist einfach schlechtes Management der anderen Vereine und da kann man nicht Bayern blamen, die nutzen einfach nur ihre Gelegenheit und machen das Weltklasse. Und die anderen Teams arbeiten einfach scheiße, was das angeht, um es ganz deutlich zu sagen. Bitter für die Bundesliga, sage ich euch ganz ehrlich, denn für Leipzig ist Leimann ein sehr, sehr wichtiger Spieler für den FC Bayern München, wahrscheinlich nur ein Rotationsspieler. Aber gut, kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu einem Ex-Bayern-Trainer und zwar zu Pep Guardiola, der inzwischen 51-jährige Spanier ist seit 2016 bei Manchester City, hat jetzt einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben, mehrmals Meister gewonnen, FA Cup gewonnen, Superpokale gewonnen, mehrfach den Carabao Cup gewonnen. Ja, Pep Guardiola hat mit Manchester City national alles gewonnen. Man hat eine unglaublich geile Struktur natürlich geschaffen mit Pep und er könnte wirklich einer der längsten Manchester City Trainer werden. Ich meine, er ist seit 2016 dort, hat jetzt unterschrieben bis 2025 und könnte dann insgesamt neun Jahre Trainer dort sein und es macht natürlich einfach Sinn. Guardiola hat bei City alles, was er braucht. Er hat die volle Unterstützung, er hat die komplette Macht, was Transfers und Co. angeht. Nahezu jeder Wunsch kann ihm erfüllt werden. Er hat in der Breite einen Kader, der unglaublich ist, in der Spitze einen unglaublichen Kader. Er hat Möglichkeiten, die es nirgendwo anders geht. Er spielt in der besten Liga der Welt, er wird ein Monstergehalt kriegen. Ich glaube, soweit ich das in Erinnerung habe, ist er auch der bestbezahlte Trainer der Welt. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Er hat halt alles, was er will und auch wenn man mal so überlegt, okay, wenn er gehen würde, was würde es denn für Optionen geben? Schwierig. Ich würde sogar sagen, es gibt momentan kein besseres Umfeld für Pep Guardiola als Manchester City. Für City ist er auch der perfekte Trainer. Natürlich kann man jetzt immer blame und sagen, haha, City hat die Champions League nicht gewonnen. Ja, das stimmt, aber eine Champions League ist auch einfach nicht planbar. Das wollen manche Großklubs immer mal wieder, aber Champions League Siege sind unplanbar. Muss man ganz klar sagen und trotzdem muss man ja sagen, ey, seit 2016 Trainer, seitdem viermal die beste Liga der Welt unter anderem gewonnen hat. National ja sowieso alles abgeräumt. Man stand auch schon mal kurz davor, mal so ein Champions League Triumph sich zu holen. Hat nicht ganz geklappt. Man ist trotzdem immer ein Kandidat für das Halbfinale und man muss ganz klar sagen, gerade jetzt mit Erling Haaland, da hat man dieses letzte Puzzleteil, was gefehlt, hat nämlich diesen Top-Stürmer geholt und es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass man dann auch irgendwann diesen großen Coup holt. Guardiola City ist eine richtig gute Story, muss man sagen. Also es passt sportlich einfach sehr, sehr gut zusammen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Guardiola noch länger bleibt als 2,25, denn ich glaube, das könnte wirklich zu seinem Verein sein, wo man sagt, yo, das ist einfach so der perfekte Verein für ihn und vielleicht irgendwann nochmal Spanien oder so trainieren. Aber ich glaube nicht, dass wir Guardiola noch bei sehr, sehr vielen Vereinen sehen. Aber das ist nur meine Meinung. Dann kommen wir von Manchester City zu Manchester United und hier gab es die ersten Berichte, dass nachdem natürlich Ronaldo wurde jetzt natürlich schon mal entlassen, das ist klar, aber das ist jetzt hier keine neue News mehr, aber die Glazers, die Besitzer von Manchester United sollen angeblich, hier muss man aber ganz klar sagen, Leute, es sind die ersten Mediengerüchte, die aufkommen, es ist nichts bestätigt, dass sie offiziell zum Verkauf stehen, das muss man ganz klar sagen, also wenn ihr das irgendwo gelesen habt, Manchester United steht zum Verkauf, es sind Gerüchte, nichts Offizielles, aber Manchester United soll eben zum Verkauf stehen, was natürlich schon sehr, sehr interessant ist, denn die Glazer-Family ist jetzt inzwischen dort seit über 17 Jahren tätig, nicht gerade sehr beliebt bei den Anhängern, aber sie halten halt mit Manchester City einen der wertvollsten Vereine aller Zeiten und vor allen Dingen, wenn man sieht, dass der FC Chelsea und das, obwohl es da politischen Druck gab und viele Androhungen von Spern und Co. wegen Abramowitsch, beim FC Chelsea war das Kaufvolumen dieser ganzen Gruppe dort bei 5 Milliarden, einerseits der reine Kauf, also 5 Milliarden Euro, etwas mehr als 4,25 Milliarden Pfund, da war es hier 2,5 Milliarden, allein der reine Kaufpreis plus eben 2,5 Milliarden weitere Investitionen in die Zukunft, somit es Chelsea eben dann gut geht und wenn ich mir vorstelle, der FC Chelsea, so groß dieser Verein ist, Manchester United ist nochmal ein ganz anderes Kaliber und hier bin ich sehr gespannt, wann wir die ersten Summen so hören, denn da eine konkrete Summe war in den Medien noch nicht genannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Volumen nochmal viel, viel größer sein wird und dass wir vielleicht hier am Ende irgendwie einen Kaufpreis haben von 7, 8 Milliarden, das könnte wahrscheinlich die größte Übernahme einer Sportmannschaft aller Zeiten sein, denn United hat ja eine unglaubliche Strahlkraft. Was tippt ihr, was schätzt ihr, was sagt ihr, was würde Man United für einen Kaufpreis am Ende aufrufen und für was gehen sie am Ende über die Bühne? Bin sehr gespannt, ob das der Wahrheit entspricht, wer dann United kauft, wie dann auch der ganze Verein umstrukturiert wird. Ich finde den Zeitpunkt etwas komisch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ja, man hatte dieses Ronaldo-Theater, man hatte dieses große Interview und man hatte jetzt die Vertragsauflösung, aber eigentlich muss man ja mal ganz klar sagen, United geht in die richtige Richtung, du hast Ten Hag, du hast ein bisschen Struktur, ja, der Transfer war auch nicht ganz perfekt strukturiert, weil man da ein bisschen wild agiert hat, aber eigentlich hast du vieles, um es in die richtige Richtung leiten zu können. Du scheinst auch einen Trainer mit der richtigen Autorität zu haben und eigentlich könnte man denken, dass du dieses Jahr mit Ten Hag so ein Start in so ein Neustart für United ist, aber United könnte verkauft werden. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß man eh erst im Nachhinein, aber ich sage mal so, wenn United echt im Aufwind ist und dann verkauft wird, dann könnte das natürlich wieder alles durcheinander würfeln. Ich bin einfach sehr gespannt, was sonst noch so passiert dort, wann es auch die ersten Berichte gibt, ob es wirklich der Wahrheit entspricht, ob es dementiert wird oder nicht. Es wird sehr interessant zu erfahren. Ansonsten hat man noch ein paar kleinere Sachen. AC Mailand soll zum Beispiel interessiert sein, einen neuen Backup-Keeper zu holen. Ich meine, Mignon ist verletzt. Die sollen Interesse an Sportiello haben. Solbaken ist jetzt zur AS Rom gewechselt, offiziell jetzt. Wechselt dann eben aus Norwegen von Bürde Glimt Richtung Roma. Das sind immer so kleinere News. Und ja, das ist auf jeden Fall dazu. So ein paar Fußball-News, die mal abseits der WM stattfinden, auch wenn die WM natürlich momentan den größten Fokus hat. Passiert sehr, sehr viel im Weltfußball. Das Transferfenster öffnet sich auch bald. Klar, haben wir noch einen Monat hin. Aber dadurch, dass die Ligen eben pausieren, könnte es da auch sehr interessant werden, was wir in den nächsten ein, zwei Wochen so erfahren. Wenn, dann wisst ihr, erfährt es hier. Dementsprechend abonniert den Kanal. Euer Velo schmilzt sich ab und bye, bye.